Die Community wollte das so, haben sie gesagt. Stammt da jedenfalls. Wo ist mein Fege, mein Fegefreund? Was ist denn hier geblieben? Da! Das Prinzip scheint zu klappen. Da wollte ich dann hier extra noch abstellen. Okay, Rudern sieht so aus, wenn auch immer mal wieder was los ist. Ja, für einen Schritt reichen 20 Cent. Für ein bisschen was wir da rudern können. Und bei der Manier ist halt auch schon deutlich teurer. Äh, teurer. Ja, größer, größer. Aber auch ein bisschen größer. Sieht so aus wie der Forschung. Geist da rauskommt. Geist da raus ist unterwegs. Geist da raus kann. Ja, hier wollte ich jetzt nicht sehen. Geist da raus ist ja auch klein. Autoscooter kommt noch irgendwann. Autoscooter und. Hier kann Geist da raus mit hin. Und der Autoscooter dann nachher hier. Ja. Haha. Ja, gut ist da. Ja. Geist da rauskommt mit hin. Das war's. Die beiden Dinge, die beiden Dinge müssen hauptsächlich ausgerichtet werden. Das Geist aus. 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 So, haben wir alles was Neues gekriegt? Dauert doch nicht, ist schon da. Ah, das Spiel war ein bisschen größer oder was? Das war kein Platz. Da soll der Ditzel, Autoskuter soll dahin. Huh. So, wenn ich das schräg mache. Da komme ich glaube ich besser mit klar, weil ich sie wegmitte. So, das ist schon da. 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 nur rasen haben rasen haben wir schon mal gemäht ich mache ein bisschen bisschen vorsichtig dass ich nicht unnötig kosten verursacher aber ein bisschen muss hier doch ein bisschen größer 2000 bloß noch. So. Können wir wahrscheinlich nicht mal mehr Labyrinth bauen. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Nutzte nichts. Ja. Hier ist ja dann flacher. Ich warte ja auf Go-Kart, also Go-Kart ist auch so ein Magnet. Das läuft, das läuft. Die sind noch, Gott sei Dank, beide noch gut. Gut besucht. Gut. Das war's. Das war's. Das war's. Was kostet denn das Labyrinth? Oh Müssen wir noch ein bisschen warten, jetzt bauen wir erstmal hier das Labyrinth? Äh Ah, der hat schon eingangs schon so vorgegeben Okay Amen